Gute Morgen zusammen! Wir haben jetzt, ich muss mal auf die Uhr schauen, 4 Uhr 14. Ich bin jetzt seit 14 Minuten wach, mache mich fertig, habe mich schon Zähne geputzt und dann geht es gleich los zum Angkor Wat, um den Sonnenaufgang zu sehen. Ich bin niemand, der gerne früh aufsteht, ich bin eher so der Langschläfer, deswegen ist das gerade total ätzend, obwohl ich irgendwie hellwach bin. Aber ich habe jetzt in den Wetternachrichten gesehen, dass das halt ziemlich bedeckt sein soll, was richtig scheiße ist, weil die Sarah, die ihr im vorletzten Video nicht wirklich gesehen habt, weil leider war es ja ein bisschen dunkel, die war drei Morgende da, weil es war halt irgendwie immer nicht so geil, wie das auf den Fotos aussah und die hat es halt echt nicht geschafft, richtig coole Fotos zu machen, weil es immer irgendwie bedeckt war und dann war es halt irgendwie hell und das war es dann. Ich glaube, wenn das heute der Fall ist, dann kriege ich die Krise, weil ich mich umsonst aufgestanden und da habe ich auch so gar keine Lust drauf. Aber ich hoffe das Beste und ja, jetzt bin ich schon mal wach und dann nehme ich euch einfach mit. Hallo zusammen, ich muss mich jetzt gerade hier mit der Handylampe filmen. Ich bin jetzt gerade irgendwie auf der rechten Seite und bin jetzt bei der Bibliothek, weil man hier, also ich bin hier komplett alleine. Es steht sogar keiner irgendwie beim Wasser. Die latschen jetzt alle irgendwie zur linken Seite hin, obwohl ja gesagt worden ist, rechts ist total voll. Total krass. Es ist schon leicht am Dämmern. Wir haben jetzt 5 Uhr. Ich hoffe, ich kriege die Einstellung mit der Kamera gleich hin. Das kriege ich, glaube ich, nochmal die Krise. Aber ich bin hier komplett alleine. Ich habe hier voll den Überblick. Das ist richtig geil. Freue mich gerade. Ich hoffe, vielleicht ist ja heute generell nicht so viel los, dass ich nachher trotzdem noch ein gutes Foto vom Wasser aufmachen kann. Und ja, dann zeige ich euch nachher einfach mehr. Bis dann. Bis dann. Und zurück. Jetzt schon wieder ein bisschen heller ohne Lampe. Man sieht es irgendwie immer noch schlecht. Aber das wurde innerhalb von Sekunden heller. Man sieht es da zum Beispiel. Richtig krass. Und dann ging auch der Massentourismus hier los. Aber die laufen irgendwie alle zur linken Seite, wenn man auf Ankawa zugeht. Und ich habe immer gelesen, dass wenn man auf Ankawa zugeht und auf der rechten Seite steht, ist das beste Bild. Aber irgendwie muss das wohl andersrum sein. Ich habe mal wieder Glück gehabt. Und habe mich jetzt natürlich auf die rechte Seite gesetzt, auf der Bibliothek und bin hier immer komplett alleine. Und habe so die beste Aussicht hier. Ich bin total froh darüber, weil auf der linken Seite, da drängen sich die Menschen. Also, ich habe Glück gehabt. Ich zeige euch schon mal, wie es jetzt aussieht. Ich bin total froh darüber, wie es jetzt aussieht. Ich würde mal sagen, es ist jetzt 6 Uhr. Sonnenaufgang für den Arsch. Weil es sieht halt nicht so aus wie aus Google Bildern. Vielleicht sollte ich die einfach ins Fotobuch kleben. Weil die sehen irgendwie schöner aus, als die, die ich habe, glaube ich. Ich blende jetzt hier vielleicht einfach mal ein paar von meinen Bildern ein. Im Dunkeln finde ich fast noch schöner, als im Hellen. Ich drehe mich mal, weil im Hintergrund seht ihr Angkor Wat. Also es stehen immer noch irgendwie scheife Leute vor dem Teich. Aber irgendwie glaube ich nicht daran, dass das noch geiler wird. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Kawat angucken. Gehe danach nochmal zurück. Weil vielleicht ist dann doch noch irgendwas bei rumgekommen. Ich muss mich jetzt ein bisschen präparieren, weil ich ja kurze Klamotten eigentlich an habe. Deswegen habe ich jetzt hier Pulli um die Schultern. Ein schickes Tieflein um die Hüfte. Ich sehe mal wieder voll turimäßig aus. Aber egal, ich mache mich jetzt erstmal los. Bis dann! ÜB. Vielen Dank.